jetzt habe ich null zuschauer ja gut ich glaube die jungs kommen nicht mehr weg 0 zuschauer bei mir stehen 2 ich musste die seite auch aktualisieren okay verstehe sind wir wieder bei drei ja ich bin müde du bist müde ja ich mache auch nicht mehr lange ich muss ja noch schneiden und ich habe alles in einer datei aufgenommen ohne irgendwie shortcuts oder so zu machen dein maul ja 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 ich will zwar nicht sagen aber die bogenschütze ihre eigene leute abschießen dann könnte es keine guten bogenschützen sein aber so kriege ich die geistlings vom see nicht wenn du halt so viele gegner ohne schaden killen musst oder von allen seiten bombardiert wirst kann ich ja voll vergessen ja das was hier mache ich noch juna bist du noch da du bist so still ich weiß nicht ob die kleine noch da ist wir könnten jetzt eigentlich das pferd schlachten nein das machen wir nicht alles im locker modus alles im locker modus alles im locker alles im locker mir gewinnen es ist ja wie Geh! Alter, übel Mübel, Mann. So, was muss ich denn hier machen? Besiege die Mongolen, löse... Lass Balken los. Hole Banner zurück. Um Bonus, töte Gegner mit dem Shoei-Attentat. Durch die neue Fähigkeit habe ich sowas von keine Lust. Ah, die Falken muss ich loslassen, okay. Habe ich sowas von keine Lust, jetzt durch die ganze Zeit hier Stealth-mäßig rumzupimmeln? Wir werden alles abballern. Ja, Mann. So muss es doch sein. Oh, doch. So, Vorräte brauche ich, um meine Sachen abzugraden. Muss ich nur gucken, wo ich diese komischen Falken finde. Und ich will natürlich auch den ganzen Scheiß looten. So. So. Warte mal, ich muss doch gar nicht die Schlösser alle öffnen. Ich bin es von Skyrim so gewohnt, ob das nun was bringt oder nicht, die Schlösser einfach zu öffnen, weil du ja in Skyrim durch Anwendung von deiner... von deinen Abilities levelst du die ja, ja. Sprich, Schlösser öffnen, auch wenn nix in der Zelle ist, macht halt schon Sinn, weil du dadurch... Ach so. halt levelst. Mhm. Jetzt habe ich halt irgendwie... Das ist noch so ein bisschen drin. Gibt es das hier bei dem Spiel? Nee, gell? Nee, bei dem Spiel ist das hier nicht der Fall. Deswegen ja. Ich weiß, wer ist es. Love, Luke! So. Hier sind noch einige, hier sind noch einige Gegner. Boah, ich bin so müde gerade. Ich mein's ernst, ey. Ich bin gleich ein. Dann leg dich doch hin, Mann. Ja, Mann. War jetzt noch das Dingsbubus hier fertig? Gut, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Bin fertig. Vor allem kriege ich schon wieder Hunger. Ah, ich hatte Spaghetti heute. Wie gesagt, ich hatte heute einen Salat und eine große Pommes. Spaghetti hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock. Ja, Mann. Spaghetti, da gab es so Spaghetti. Im Aldi gibt es so Spaghetti, einen Tiefkühler mit Lachs in der Neu. Das geht eigentlich voll. Na, Lachs nicht so meins. Da gab es nur die mit Lachs. Aber ich wollte auch... Nö, ich hab ja noch... Ich hab ja noch... Aber... Ich mein, ich hab ja noch ein Napoli-Päckchen hier. Nudeln warm machen. Easy peasy. Gut, die Adler habe ich rausgelassen. Jetzt muss ich nur noch diese Banner finden. Die Frage ist, wo sind die? Soweit ich das weiß, sind die doch immer in solchen komischen... Häuser drin oder nicht? Äh, Lachs war sehr geil. Bin aber jetzt vegetarisch unterwegs. Du meinst, schwach, aber I don't care. Vegetarisch. Na gut, vegetarisch. Ja, damit kann ich noch halbwegs leben. Damit kann ich noch halbwegs leben. Wenn du jetzt anfängst und sagst, Nö, ich werd jetzt veganer Missionar. Oh. Uh. Vegetarisch geht noch. Das geht gerade so noch. Warte mal, ich hab doch eben irgendwas mit R2 gesehen. Loll. Ich kann mich also echt da oben anhängen. Verstehe. Okay, jetzt muss ich aber mal weitersuchen. Weil ich das Gefühl hab, Ich bin Vegetarier. Ich bin besser als du. Ich esse Pflanzen. Die haben Pflanzen, ey. Weißt du? So ein Schwein kann ja noch wegrennen. Quietschen. Aber so eine Tomate? Was kann die denn? Die kann nichts. Die kann nur hilflos dabei zusehen und nicht mal schreien, wenn sie gefressen wird. Weil so ein Tier, das killt man ja noch wenigstens mit einem Schuss. Sag mal, wo sind denn diese verkackten Banner? Bin ich jetzt so blöd? Oder bin ich jetzt von der Wingsbums geblendet? Na? Kommt raus, ihr Lümmel! Boah, ja, okay, ey. Ich geh mal pennen, gell? Gute Nacht. Ich geh jetzt nochmal schnell Zähneputzen und dann bin ich jetzt auch schon wieder weg. Jo, Maus da. Jo, in Ordnung, dann viel Spaß noch. Boah, ich hab die letzten zwei Minuten gar nicht mehr mitbekommen, ey. Jo, bis dann. Heide, ciao, ciao. Ich muss irgendwie da rein. Dann kann ich nämlich dieses Attentat machen und könnte theoretisch... Habt was gehört? Also... Mein Kopf, gehöre dir! Der sieht die Augen aus! Shit! Fuck! 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 Ich dachte, ich könnte mal dieses Attentat machen, aber... Leider nicht. Shit! Ich kann dieses Attentat halt nicht ausführen, weil diese Ficker sich einfach nicht an die Wände stellen. Natürlich sehr ärgerlich. Aber so langsam... Da ist noch eins dieser Banner. Einen Banner brauche ich noch. Und dann kann ich eigentlich nur noch rausgehen und einfach nur noch theoretisch durchschlachten. Wunderbar! Ah, super! Geh schlafen. Ah, gute Nacht. Ist die Hunde schon im Bett? In der letzten Zeit so ruhig. Ja, wie gesagt, ich mache das hier noch und dann sind wir eigentlich... Ich will zwar nicht sagen, aber... Das war Präzision. Mehr Glück als Verstand, weil ich habe es eigentlich nicht geplant. Ja, es war mir so klar, dass ich da jetzt so nicht mehr reinkomme. Also... Tim, Tim, Tim. Boobie, boobie, boob wow! Boobie, 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 boobu! Wann ich da noch irgendwie rein? Da fehlt noch eine von diesen Fahnen. Warte mal, den könnte ich sogar vielleicht kriegen. Wenn ich das ein bisschen intelligent mache, dann müsste ich nämlich theoretisch nur mich da irgendwie... Ah, Mist. Ich hätte vielleicht den hier abbaten sollen. Also wenn ich ihn von hier treffe... Na ja, wollte ich schon sagen. Das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Aber vielleicht von hier? Ne. Nein, 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 den schaffe ich nicht. Ansonsten habe ich eigentlich alles, ne? Fehlt doch hier, kleine Drecksau. Ja. Wunderbar. Wir haben einiges zum upgraden. Das gefällt mir ganz gut. Wir sollten uns den Vito anspruchen. Techniken, Kampfhaltung. Super! Das ist doch das, was ich wollte. So. Optionen, Spiel speichern. So. Zuschauer. Allesamt. Twitch, YouTube. Macht's gut. Ich habe genug für heute. Haut rein. Tschüss. Was. Ich habe fünf, 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 vier... Die Künste. Vielen Dank.